Was ist denn Teufel, Mann? Was ist mit dem? Ist das eine Mucke, oder? Was ist denn... Was ist die... Ey, mach mal die Mucke aus! Ich mach mal die Mucke aus! Mach mal die Musik aus! Mach mal die Mucke aus! Du mal bitte die Möhrchen! Hier reden wir noch mal! Du mal bitte die Möhrchen! Die Möhrchen! Ja, und damit begrüßen wir euch! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Playgrounds Battlegrounds! Hör mal, wir sind... Wir sind beflügelt, ne? Ja! Einen Tag nach dem krassen Plot-Twist in Playgrounds Battlegrounds Wer die letzte Episode nicht gesehen hat... Das war schon krass! Sind doch nicht zwei Tage? Ja, also einen Tag nach der Aufnahme! Ach so! Ach so meinst du das? Okay, ja! Man muss aber sagen, ähm... Letzte Aufnahme Zeit war so voll nachts um vier, fünf Uhr... Wir haben trotzdem gewonnen, ne? Ja, und jetzt ist wieder ein neuer Tag, neues Glück! Also wir sind jetzt motiviert! Wir haben jetzt gerade, ich sag euch, die exakte Uhrzeit, wo wir aufnehmen 14.01 Uhr... Ist das nicht schön? Am... Am Montag, ne? Montag den 19. 19. 19. Juni! Juni! Das ist immer wie tagesaktuell wir sind, ne? Ja, wir sind sehr tagesaktuell! Ja! Folge kommt nächste Woche irgendwann! Ja eben! Und ich hab'n Viery gefunden! Das kann doch besser nicht anfangen hier! Ohne, ich hab'n'ne Ska gewonnen! Ja geil, Dennis, Mann! Ist das geil oder ist das geil, Curry? Wir haben heute Glück! Meinst du? Er hat auch noch einen Rucksack dabei! Ich fasset nicht! Ja, woher weißt du das? Ey, hast du doch grad'n gesagt? Ich hab'n Rucksack gesagt! Ey, du hast grad'n gesagt, ich hab'n Rucksack, Alter! Ganz oft! Ja! Ich kann mich daran erinnern, dass ich das gesagt habe! Oh Mann! Das ist, äh, alles gut! Ey, ich glaub' letztens so mit der Alex, ne? Nee, hast du nicht gemacht, ey! Glaub' mal so und dann sag' ich so, ja... Bin auch nicht mehr der Jüngste und so, ne? Oh nee, Alter! Er kommt mit der Midlife-Crisis! Und dann siehst du auf einmal so drei Sekunden später in meinem Gesicht so, totkurt, so weißt du... Äh? Flashback! Ja, ja, genau! Dann sag' ich zu der so, ja, was hab' ich denn grad' gesagt? Weißt du? Ich sag' so, was du Alzheimer hast, Alter! Junge, vielleicht! Boah, Alzheimer ist echt scheiße, ne? Also ganz ehrlich... Wie gehst du alle, ey? Ich hab' so Angst vor... ...dazu bekommen... Kann sein, ne? Ja! Das wär' echt nicht geil, ey! So, mal eben die Stimmung des, äh... Aber jetzt sind wir wieder fröhlich, denn wir sind ja noch am Leben hier! Alles gut! Ja, eben! So, ich hab' aber nicht viel, leider! Ich hab' nur ne scheiß Strotwindel! Oh, Dona, ist nicht gut! Dann kannst du ein Vielfachsuche ja eigentlich geben! Nee, also, ich glaub' den behalte ich mal lieber! Obwohl, warte, als könnte ich den natürlich auch geben, ne? Kann's ja noch behalten! Also, ich könnte ja hier ne Armbrust geben oder ne Sichel! Oh, danke, man! Da taue ich doch ein gegen Vierer! Ach, schön! Ach, schön! Wir müssen weiter! Ach, schön! Wo ist denn das Zöhnchen? Ach, das Zöhnchen ist ja mal wieder ganz weit weg! Dann ist ja schön! Das Zöhnchen! Das ist ja mal wieder was Neues, ne? Ja, klar! Wäre auch langweil lieber nicht, ne? Oder? Ja, stimmt! Allerdings! Halte Hose lieber mal hier! Ich würd' sagen, wir gucken die Häuser da vorne noch durch! Und wenn wir nix finden, dann gehen wir zu nem Auto oder so! Das machen wir! Oh! Was denn das hier? Wo auch immer ein Auto ist! Und dann, äh, begeben wir uns in die sichere Zone! Machen wir Remi-Demmi, oder? Machen wir Remi-Demmi, ja! So, ich hab' einmal ne Kamera abgesteckt! Ach! Schön! Ah! Ich wollt' immer mein Arbeitszimmer wie so ein kleines Studio bauen, weißt? Mit so Softboxen und so! Mhm! Dass man, wenn man so anfängt aufzunehmen und so, dass es halt voll geil ist! So mit Spielreflexkameras als Facecam und so! Ja, mach' ich immer mal 2048! Paul, ey! Könnt' ja so geil aussehen, weißt du? Weil ich hab' ja dieses New York Bild und so, das könnte so geil aussehen! New York! Geil, ey! Ja, Mann! Nimm's ja gar mit Facecam auf, ne? Okay! Hier ist jetzt mal ne Wette ab! Ist das Bett hinter Curry gemacht oder nicht? Ja, ichs gemacht! Ja! Mach' dann immer, bevor ich aufnehme! Nene, ne, ne, ne freut es euch! Das hab' ich schon in manche Folgen gesehen und mal hab' ich gesagt! Ne, das stimmt nicht! Wenn ich der Vater wär', ich würd' ja erstmal... Ne? Ey! Ey, wat denn, wat willst du denn? Falsch auspacken und sag' ich so ne Mann! Ich so ne Mann! Ordnung! Ist das halbe Leben! Ich brauch' nur ne Waffe, alter. Ich hab' nix! dann suchen wir mal was für die große stufe 2 ja danke hier ist eine 16 ja cool ist ja immerhin etwas ohne ump und viel versuche das freut mich ja richtig weil nämlich ump mit hast du jetzt genommen endlich doch allerdings du hast nie ump gespielte klar schon verlauf kann man eine schnauze oder ich habe auch 30 schuss geil hat nicht umsonst eine hose hast von der scanner irgendwann ja gebe ich dir sofort warte lassen wir noch auch mal rucksack schufe 2 aber das ist das denn er weiter das schnellen magazin okay guck mal schnell magazin danke eigentlich echt vor allem auch noch schnell zugriff magazin für ump ja hast du einen shotgun ja guck mal hier und ich war gerade im auge irgendwie ohne schnell raus ich habe rausgeholt ich habe direkt medizinischen eingriff gemacht mich beruhigt wo müssen wir denn hin heidewitzka ja wir müssen eigentlich nur ein auto finden also wir haben noch zeit aber wir müssen trotzdem ein auto finden ja das machen wir schon ich bin ja ganz optimistisch ja dann ist ja ein gutes zeichen wenn du das wisst ja nicht optimistisch doch klar kein optimistischer mensch bist du immer pessimistisch immer negativ eingestellt pessimistisch ich wusste doch ich habe ich wollte gerade sagen eigentlich spawnt hier immer ein buggy oder irgendetwas aber ist ein kaputtes auto ne ja ok ne ne ist gar kein kaputtes auto ist ein dacia mann dacia irgendwas spawnt hier immer aber lass das stehen sonst macht der geräusche falls er ja ist ja gut ey ok ja dann nimm die mal mit du dann nimm du noch die uhrensohn was wolltest du gerade sagen du noch die ump ey man darf nicht uhrensohn sagen ja haben wir in den letzten folgen gelernt nein uhrensohn darf man sagen haben die in den kommentaren so man darf nicht untermensch sagen ja ok dann ist ja alles cool ja und der mensch ist darf ich jetzt die ump haben jetzt ja ich hab sie denken ohne muni das aber nett ich hab dir den hängelich gerieke zu dem da boah geil man ich hab 75 schuss boah nice oder unglaublich oder meine lieben da habe ich dir schon mal eigentlich gesagt dass du immer alles über siehst boah hä was übersehe ich denn habt ihr doch in den kommentaren geschrieben die leute mann ja das stimmt aber nicht das ist nämlich schwachsinn weil ich gucke immer auf das was ich brauche und wenn ich was nicht sehe oder oder irgendwie an was vorbeilaufe dann will ich das nicht haben das ist das ist eine aussage wo curry auch vollkommen recht hat weil man muss ja nicht alles mitschleppen ne ja das ist das merken das checken halt die meisten leute nicht es kann natürlich trotzdem mal vorkommen dass man was übersieht aber da kommt nämlich auch dazu wenn man hier spielt und ihr da vorne sitzt vorm rechner und einfach euch das anguckt dann seid ihr nicht so hier unter druck und seid nicht im game drin und guckt einfach und seid ganz gechillt esst eure chips oder so oder was auch immer und dann seht ihr natürlich mehr als wir und das passiert das passiert sehr oft das war häufig deswegen kann es wirklich sein dass wir was übersehen leute und deswegen sind wir nicht scheiße oder so deswegen sind wir einfach nur spieler spieler ich könnte eine akm anbieten oh ja wie viel muni denn habe ich da ist da muni bei ja aber die habe ich jetzt aber ich kann dir was geben weil ich habe die ne dann brauche ich die nicht ich kann dir aber 30 schuss geben alter 40 aber ich habe doch ich habe doch schon für die ich behalte die ms ach scheiß traurig was machst du jetzt wobei akm ist eigentlich eine gute distanzwaffe auch ne ja kannst du mir mal geben wenn du bock hast ja dann die liegt oben auf dem dach hier liegt noch eine türi mit munition ja das ist geil man das ist doch geil siehst du da ist direkt UMP muni ja der spawnt einfach die ganzen sachen ja ich mach den leo und hier liegt ne m16 alter was ist denn hier los oh wir müssen mal gas geben weil die zone kommt jetzt oh heute witzker heute witzker meine freunde wir müssen los heute witzker ich guck noch ganz kurz hier in der bude rein energy drink wenn ich jetzt was hier liegen lasse leute dann ist das wegen zeitdruck so ja jetzt rechtfertige dich auch nicht die ganze Zeit doch doch mach ich jetzt nicht ich muss die ganze zeit rechtfertigen sonst ist alles alles scheiße ok die zone kommt jetzt wirklich sehr sehr schnell deswegen wird es ganz lustig jetzt äh wie sieht es aus mit der akm wo ist die die liegt hier unter mir guck mal achso das ist ja toll in the entrance aber die kann ich noch holen das ist also selbst wenn die zone uns jetzt erwischt das macht nix ja hat er gesagt hast du die muni äh schon aufgehoben nein sie können sie einfach nehmen ok let's go wo ist die muni denn lag die daneben also die das sind aber nur 30 schuss ne ja ich kann dir gleich noch was komm mal her ich geb dir ganz schnell was hier liegt hier bei mir guck mal hier komm sie bitte her ok warte warte ich musste hier gerade die munition die zone scheiße alter wir sterben jetzt hey siehst du dir ist alles gut wo ist denn das auto das war da draußen wo war denn jetzt die muni hier der hab ich doch da hingelegt irgendwo ja im gras du bist auch ein held hast du ach scheiß doch jetzt ernsthaft die liegt hier im gras wo ist denn das auto da links hier alles gut wir werden nicht sterben jetzt aua 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 ach ja ich habe unseren flitzer wie wollen wir den nennen Bobby fahren wir hier oben hoch oder hier am besten hier wohin blau komm rein Bobby ab gestalt ja ja klar heiß oh direkt durch das gebiet geil man kein problem ist er jetzt wirklich durchfahren ja ok wie bei 2012 der film kennst du das ja das kenne ich das ist so krass ja was denn boah alter er spielt mit dem feuer pass auf da kommt ein hubels ne kein Problem ja oh mein gott hubels go 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 jetzt könnten wir sterben warte 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 scheiße scheiße pack die waffen rücken auf jetzt könnten wir sterben kein problem geil aber ich hast du erste hilfe koffer ja 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 gut dann schaffen wir dann auch jetzt könnten wir sterben geil oh schön nice zieh mich mal im toh warte mal ja mach doch mal ich lauf mal weiter ne ja lauf mal forest komm ganz hart oh nein oh gott wenn ich jetzt durch ne bombe sterbe dann raste ich aus alter ey wird nichts passieren alles cool NEEIN ich hole dich wieder warte NEIN rette mich bitte komm her steh auf du drecksack was ist denn jetzt los ich muss explodieren bomben wir retten alles ah oh gott boah hör doch jetzt auf zu bomben mir steh auf Willi komm hau dir heilen 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 ah scheiße ja ist ja gut stimmt hast recht scheiße oh mein gott ich sterbe ich sterbe dass du bist so ein holzkopf alles gut hä so was ist das hier von der episode schon wieder ja ich weiß auch nicht wir brauchen ein auto man was ist hier los alter das schaffen wir doch da vorne hin noch ja wir müssen doch trotzdem weiter guck mal wie weit ja wir finden schon was wir finden schon was wir haben nur noch zwei minuten wir haben noch zwei minuten um was zu finden ok go 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 alter ey wenn wir die runde noch gewinnen oder so ey dann fress ich nen besen ja aber wenn Andy reinkommt kann jetzt schneller laufen fuck alter oh my god 1,30 ja go 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 wir wollen es doch nicht immer so langweilig machen oder ja das stimmt was auch so ich halbe ich mal kurz hier ach ich hab nix noch heilen alter ich hab nix noch heilen alter gar nix mehr komm wir laufen lieber weiter curry für ein auto heilen können wir wenn wir im graben sind komm oh da ist rechts die schule ach du scheiße da ist buggy buggy ja aber bei der schule alter hä das sind hier hochhäuser ne achso äh da sind aber leute ja geil mann ok die müssen wir holen genau wir wollen oder nicht beim 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 gebäude beim hochhaus sind die ja ich seh ok warte die war mitm schießen vielleicht gehöre das ding auch einfach irgendwie klauen und einfach wegfahren weißt du ja wir müssen das aber dann jetzt machen ja warte warte der ist grad reingegangen ok da müssen wir los kommen wir müssen probieren ich hieb mich ganz schnell hoch gib mir eine sekunde ok let's go wir müssen aufpassen dass wenn der wieder rauskommt dann müssen wir sofort schießen der kommt wieder raus ja ich sehne hab ihn hol den buggy curry ja ja töte den alter töte den er ist down ok nice wo ist der andere ich hab keine ahnung hat er nicht geschossen hat er nicht geschossen ja der ist da drin der ist in der bude der ist in der hütte ich mach's der presser feier komm 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 mit dem buggy nein 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 der aimt das ab leute der aimt das ab ja leute ja ich ok dann go ok schieß weiter schieß weiter komm dennis komm du musst komm jetzt komm 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 schnell gib gas der ist da rechts was ist hier los ok boah wir brauchen auf jeden Fall healing ja ja wir werden wir müssen aber ich fahr jetzt einfach soweit es geht rein damit wir mit der zon überhaupt nichts mehr am huck haben erstmal der arme hat wahrscheinlich den buggy da gefragt und hat gesagt das ist meine chance dann haben wir es an mail geholt die drecksau Entschuldigung für den Kraftausdruck ich meine natürlich den Bösewicht den Bösewicht den Bösewicht ey das ist unser normaler Wortschatz warte mal willst du wirklich hier bleiben wow au ok wir bleiben nicht hier von links ja das ist sehr schön warum müssen wir eigentlich immer irgendwo hinfahren wo leute sind ihr hasst uns alle ja meine Fresse ey AHH was machst du denn ich hab in den Himmel geguckt warum im Horizont hab ich geguckt warum ich weiß nicht der ist halt auf Volke 7 aller geil guck mal links hier willst du anhalten hier wir brauchen halt healing ja warte warte wir fahren noch ein bisschen weiter ok ok wir sind jetzt mittendrin alter ja man das ist ne gute Idee ok wir werden schon begrüßt ne ist nicht mehr auf uns oder ne ne mach hier einfach let's go man komm rein da wir sind Elite Squad komm komm es gibt so ne Folge es gibt so ne Folge Leute die habt ihr noch nie gesehen ne so ein Ausschnitt ja Curry und ich waren in den Ruinen ist halt alles schon auf ne ja aber da gibt's da ist ne UMP und so drin da gibt's so ne Folge an den Ruinen dann sagt der Curry so boah hier kann man voll geil looten da steht oben das schießt Curry einfach so in den Kopf halt so for random hier ist noch so ne gepolsterte Jacke hier ist noch so ne gepolsterte Jacke ja hab ich doch schon ist ja ok danke boah Alter da war jetzt ein Stressakt ne ja boah war geil meine Fresse der war ganz schick ja der wird sich jetzt bestimmt abfacken war der das? ich glaub das war er oh meinste? kann sein Entschuldigung aber ging nicht anders so machs gut im Jenseits my Bro sehen uns dort wieder my Bro my Bro der sitzt hier wie ne Mutterhänne alter Mutterhänne 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 an Bootbox ne wie hieß der? keine Ahnung boah ich hab 30 Schuss nur für die AKM das ist ein bisschen low alter oh nice der droppt einfach Muni alter geil frühe Schissbomber ich geh mal ins andere Haus vielleicht findest du noch AKM Muni wenn da ist ja hier guck mal ernsthaft? Patsache hier cool der spawnt die die ganze Zeit einfach ja aber hier liegt sogar nur an AKM mach das hä? 90 Schuss? ok da muss hier jemand gestorben sein oder irgendwas keine Ahnung aber geil ja ist doch nett oder? hast du noch Rotpunkt oder sowas? äh ich hab ein holo kannst du mir das geben? na klar einen roten hab ich grad aufgesammelt einen roten hast du aufgesammelt? geil ja guck mal wir haben sogar Benzin für unser für unseren Dings hier wenn wir doch noch brauchen ne brauchen wir nicht ok ja alles klar ist halt ja gut oh guck mal wir sind da ran direkt nice zum Glück sind wir hierhin gefahren ja ist echt so wir müssen eigentlich hier irgendwo jetzt hin ne? wo? ja wollen wir weiter gehen ja guck mal let's go man ich geh hinter dem ok Sargent folge ihm auf Schritt und Trit herköribur ist da vorne ein Auto? ist das da gegen die Wand gefahren oder ist das einfach ein kaputtes ist da rechts ein Auto glaub ich oder? ja das ist kaputt oh alter links hier direkt Car Package auf dem Feld alter ja aber nein lieber nicht komm ok der endet nicht gut war da noch am dampfen oder was? ja der ist hier grad direkt gelandet man ok ich geh hin komm 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 hä? scherz da wird Auto buggy hinter uns oh die sind da hinter Felsen ja pass auf pass auf die kommen ich geh hier nur in Deckung nicht schießen nicht noch nicht schießen der weiß dass ich hier bin ne? ne ich glaube nicht doch 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 nein wissen die nicht voll ok lass Feuer öffnen oder? ja einen hab ich ausgenockt wo ist der andere? andere ist im rechten Haus auf SE ist der reingegangen? au 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 ist der reingegangen? nein der steht in der Tür in der Tür ok dann geh in Deckung geh in Deckung ich bin fast tot ok geh in Deckung ja ich geh mich hoch der muss da drin sein im Haus pass aufgericht ja der ist hochgegangen ja lass nicht Risky spielen warte lass zusammen ja ich warte ich hab nur die ich hab nur alles im Blick pass auf der ist hochgegangen der ist am Fenster heilig der kann mich aber nicht sehen der kann mich nicht sehen ich geh mich hoch warte aber wir brauchen echt hoffentlich haben die Medizin dabei ne? das ist wichtig war das Haus zwei Ausgänge? ja vorne einmal und hier hinten wo ich stehe ok du hast den hinteren Ausgang ich hab den vorderen ne? der muss jetzt kommen die überrascht den von hinten dann ja? ich sag dir wenn der kommt wenn der hinten raus geht dann natürlich ja der ist auf jeden Fall oben noch oh was? da war noch einer links auf der linken Seite hab ich der war aber sofort tot ok ok lol ok guckst du noch auf das Haus? ja aber ich muss ja wir müssen weiter Curry guck mal die Zone wir haben voll viel zu laufen war der das vielleicht? ok der ist oben links am Fenster glaube ich ja ja ich seh ihn oben links äh ja ich kann halt nix machen ne? immer seinen Kopf irgendwann muss er ja raus kommen ne? wo genau oben links? äh von meiner Seite oben links am Fenster also Obergeschoss links wo der Balkon ist achso ja da müssen wir weiter oder? wir müssen ja ja ich guck mal ich loote den anderen hier der hat sich ja versteckt Medizin ja nice der hat ganz viel dabei Curry guck mal her der droht Punkt wie sehr alles ja ich kann jetzt aber nicht zu dir ja 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 hmhm hier war noch einer alter bei den Felsen what the fuck man hast du ihn? ja holy shit man Dennis wir müssen ne? ja na guck komm ich hab Medizinkoffer kann ich gleich alles mitbringen kann bei mich Curry ich komm was ist der da? ja war nur Feuerschoss ok Dennis wir müssen fuck wir müssen ah ja ok rennen 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 ja der wird nicht schießen doch wieder wohl der will eh sterben ich auch aber wir werden sterben ne wir werden nicht sterben Dennis du musst du wir müssen wir müssen rennen alter nein du wirst sterben du wirst sterben fuck egal renn weiter renn weiter scheiß drauf ah den hätten wir noch holen müssen kacke egal frei geholt bin ich glücklich drüber ich werde auch sterben hielt dich doch hoch hast du irgendwas? ne geht grad nicht doch hielt dich doch jetzt hoch und dann hast du wieder voll HP überlebst du doch länger warte 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 neun ah ich sterb immer wegen der zone ne das ist so nervig ah bumsen ey ich bin tot boah alter im letzten moment er hielt dich hoch ich hatte drei vier energie pakete ne ja dass der typ dann einfach weiter läuft statt der noch schießen muss ich hab nicht gedacht dass er sich klar ne der hat eh keine chance gehabt boah erzähl dich Leute I am dead holy shit ey ok energy drink Junge 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 ey Junge Junge ey Auto Auto? Ja Wo hab ich denn Auto gehört? Echt von dir oder? Mal gucken was dort noch geht ne? Aber das haben wir grad gut gemacht eigentlich ja ja vor allem die saßen da saßen halt noch ein Team ne? ja genau voll krass 13 noch Curry komm 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 elf boah was unten äh rechts von dem Bau ja hab ich gesehen hab ich gesehen hol dir den hol dir den der ist alleine ja ja der ist alleine guck mal warte warte der wird da 100 pro campen oder? ja der wird dann aber fokussier dich nicht nur hundertprozentig auf die Ebene ne 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 mach ich nicht mach ich nicht ja wo ist der jetzt? oh shit keine Ahnung Sohn ist heute echt erbarmungslos ja da ist er ja ja nice 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 hast du ja Energie äh äh Pakete oder so? ja ja hab ich hab ich hab ich hab ich nice 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 Acht am Leben warte bis er sich fest positioniert oder ignorier den einfach du hast eine gute Position wegen der Zone auch äh hui oder eigentlich hier lang also links muss ich eigentlich aber der kann dich jetzt gar nicht sehen weil der nämlich versetzt nach unten ist du kannst eine der ist da vorne ja 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 was schaffts soll ich versuchen den zu kriegen? ja du äh also du bist halt alleine er auch aber das Ding ist halt die Leute wissen dann deine Posi ne? mhm ja eben das Ding lass den lieber woanders rein rennen wow oh lol alter wo war das denn? hartbrand Hansi hatte ich hab ich mich erschrocken alter das war einfach ja krass ja Leute da muss ich nur sagen in letzter Zeit läuft's aber eigentlich wieder besser bei uns wir kommen gut in die letzte ins Final Game gut ja ja eben so und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode ja tschüss im nächsten Tag um 16 Uhr Leute ne 16 Uhr ne? ja genau hey hey take care yeah high Love es sea jubiga ja jubiga ja chia jubiga 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 Untertitelung des ZDF, 2020